Schönen guten hallo herzlich willkommen zurück zu wie heißt es wo ist mein maus mit dem benutzer ich bin hier ja was machst du ich komme heute ein bisschen auf den arsch gucken wir haben hier alles kaputt gemacht ja immer toll noch da man kann die wand hoch wo bleibst denn wieder ja muss ja auch gucken dass da ist es kommt bestimmt das nervige buchle wie heißt sie roh sie sagen rose und im untertitel steht wo sie der spielton ist ordentlich leise moment habe ich gar nicht gecheckt ob das zu leise oder zu laut ist audio haupt lautstärke ist dialog lautstärke machen wir mal auf neun musik lautstärke braucht keine sau die musik gar nicht ausgemacht ich weiß gar nicht ob claim wird ja ist schon zu spät also zu spät die folgen halt nicht was ist denn wenn es geklappt wird macht ihr nix ja kommt auch an entweder wird gesperrt oder wird gesperrt wird blöd hat die aber noch nie ja nein er hat 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 w Guck mal, wie stark ich bin. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich hebe den Hammer einfach, aber bin ich von deinem Hammer gewohnt, mehrere Sachen hochzunehmen. Jetzt habe ich den einfach so auf dem Rücken. Ich habe wenigstens einen Halter für meinen Hammer. Zielen. Geil, komm mal her. Habe ich dich am Boden festgenagelt? Ja, gut, okay, ich habe das. Aber ich bin in charge of the nail. Okay, okay, just be careful. Wollen wir weitermachen, bis fertig mit dem Schmarrn. Na, einmal noch. Nieh mal her, warte mal. Das ist jetzt mit dem Scheiß. Was? Du willst mich... Ja, und jetzt hast du keinen Nagel mehr. Voll. Toll. Doch, jetzt hast du wieder einen. Okay, komm. So, wie kommen wir da rüber? Äh, wo sollen wir überhaupt hin? Au! Dein Ernst? Ja. So. Oh! Ich wollte eigentlich abschießen, aber es hat so lustig ausgeschaut. Okay, ich muss... Und jetzt? Achso, währenddessen kann einer von der anderen Seite rüber. Super. Das musst du dann machen. Okay. Okay. So. Wart mal. Das bringt jetzt erstmal nix. Äh, keine Ahnung, wo der hin muss. Das war doch ein Punkt. Ich glaub, du musst den Nagel da einhauen. Wo? Da in der Wand ist ein Nagel. Ja, und wie soll ich da hinkommen? Warte mal. Kann ich da drauf schießen? Nein. Warte mal. Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, der... Kannst du das fest schleppen, irgendwie? Wenn das so ist. Ah. Ja. Komm mal zurück. Ich dachte, ich muss niesen. Entschuldigung. Doch nicht. Ah ne. Von der Seite geht das auch. Achso. Du kannst so zurück. Äh. Kann man hier irgendwie markieren? Guck mal da. Hier. Guck mal von hier. Ups. Nein, komm mal hier hin. Das geht nur mit dem Hammer. Nee, komm mal hier hin. Ja, komm mal hier hin. Guck mal da. Siehst du links dieses gelbe Stück Holz? Ja. Genau das. Da musst du gleich den Nagel reinpfeffern. Warte. Ja. Erledigt. Ja, jetzt soll's auf einmal gehen, oder wie? Bin grad runterquallen. Das ist blau, das bist du. Ah. Äh. Moment, was musst du denn da machen? Ah, du musst da rüberschauen. Schwingen. Und ich muss da... Ah, ja. Ich hab immer nur einen Nagel und kann den dann wieder zurückholen. Ups. 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 Ich bin so blöd. Oh, man den Nagel... Hä? Ach, ich muss mal ausdrücken. Hey. Ich schieß mal in die Mitte. Da. Alter. Jetzt müsste du irgendwas machen. Ah, da kann ich wieder. Okay. Nö, hast du nicht, den hab ich zurückgeholt. Ne, ich hab hier einen rausgezogen grad mit dem Hammer. Ja, mach mal irgendwas, sie will da rüber. Ja, warte. Ja, warte. Ich kann hier was machen. Aber das bringt mir nur was, wenn du auf hier bist. Ne, nö. Ich kann doch da hinten... Ach, du kannst dann oben rum zurück. Okay, warte. Nein, ich kann da einen Nagel rein pfeffern, dachte ich. Gehen das obere. Ja, wenn du da drauf hast, dann... Weiß ich nicht. Nee, das Ding ist da drunter. Du musst irgendwie hier hinkommen. Ich komm da nicht hin. Doch, hier. Da kann ich auch noch was machen. Naja, das ist gut. Gut, ich bin da. So, jetzt muss man, jetzt musst du die Dinger hier an der Wand fest tackern. Warum... Warum... Warum bin eigentlich EDR, der schießen muss? Bei Mani-Shooter-Künste. Damit du das lernst. Ja, dann mach. Es gibt eine... Da stell dich halt nicht genau, wo es sei. Ach so. Der ist doch perfekt. Ja, und ich hab jetzt zwei Nägel, oder wie? Okay. Ja. Den einen, den ich hier aus der Wand bezogen hatte. Was ist das? Nach einer Taschenlampe. Geht die kaputt. Es ist schon lustig. Ja, es ist richtig. Es gibt hier richtig Equipment. Oh. Boah, das blöde Buch nervt. Was will es denn wieder? Warum atmen deine Nägel? Ja. 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 Endlich ist das Buch weg. Was heißt da verlieren, wenn man zusammenspielen muss? Das verstehe ich nicht. Hä? Was? Bleib oben um zu punkten. Lass dich nicht treffen. Triff Cody. Geil. Ich muss verpüren. Ah. Was muss ich machen? Ich hab es nicht gelesen. Irgendwas mit WASD. Okay. Wahrscheinlich will ich dir das Loch aussuchen, wo du rauskommst. Ähm. Ähm. Die haut halt immer auf dasselbe. Ach so. Ha! 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 Was hast du da vorne? Ich wusste es. Ich bin zu schnell für dich. Ich werde dich nächsten Mal beten. Ha! 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 Nów mal au! Ha den Cody! Ha! 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 Ah, nicht so gut. Ja! Das ist voll tricky ey! Nein! 1 zu 1 kann ich mir geben. Ok. Immer das Harmoniebedürfnis da. Wo ist mein Haus eigentlich? Was mache ich? Weiß ich nicht. Warum hat sich Mei nicht daran festgehalten? Da geht er mal rüber. Moment. Da. Einmal, zweimal. Ich weiß überhaupt nicht wo ich bin. Unten! Ach da! Was ist das für ein vornpunkt gewesen? Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen wann du den Doppelsprung brauchst und wann der einfache reicht. Ja, ja, ja. Ja, dann mach irgendwas. Ja, ok. Ich schau hier einfach mal drauf. Es war total sinnlos, dass du da rüber bist. Warum? Ich kann hier wo drauf bauen. Ach, da ist er sche... ok. Ich glaube ich werde krank sein. Ok. Und nun? Ich traue mich nicht durch zu gehen. Hier brauche ich dich. Nö, ich muss da bleiben, dass das Ding oben bleibt. Äh. Ok. Erledigt. Oh, es ist einfach zu lustig. Ich finde es so lustig, dass die Nägel auf Pfeifen zurückkommen. Ja, es ist schon wunderbar. Aber ihr habt nur Platz für einen dritten Nagel. Den müsst ihr irgendwo finden. Da, geh mal rüber. Ich hab irgendwie damit gerechnet. Hey, don't do that. Ach, schön. Ja, einmal war ja ganz lustig. Ja, ey. Zweitens mal auch. Jetzt brauchst du einen Doppelsprung, um da ran zu kommen, oder was? Oh. Oh. Paar Sache. Anscheinend. Offensichtlich. Hä? Hier hält sich nicht mehr dran fest. Sag mal, hat dein Charakter gerade auf die Uhr geguckt? Ja. Das ist ja eine Frechheit. Äh. Äh. Was ist das für ein scheiß Haus, in dem wir hier wohnen? Das ist ja... Be careful now, May! Cody! Don't screw this up! Yeah, yeah. Just get the jumping. Was muss ich denn da machen? Da kann ich drauf schießen. Das bringt halt nix. Wobei, dann kannst du... Da muss... Ah! 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 I see, I see. Aber wo? Warte, warte, warte. So. Spring da rüber! Weiß nicht, ob das hier zu gut ist. Doch, das ist perfekt. Und jetzt kannst du dir an dem Nagel da, der da hin und her schwingt, fest hängen. Wie soll ich denn da hoch springen, bitte? Warte. Ich habe keine Chance. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Warte? Ich brauche nur einen Nagel, ich habe keinen Nagel mehr, ne? Sehr genau, spring auf die andere Plattform rüber. Ich habe keinen Nagel mehr. Du musst ihn ein bisschen weiter rechts... Warte mal, warte mal, warte. Bisschen weit... Da jetzt. Bisschen weiter links. Links, okay. Das... Ja, ich versuch's nur so. Ja, passt doch. Jetzt habe ich Chancen da auf die andere zu kommen. So. Okay, hier kann ich irgendwo draufhauen. Und da kann ich hoch. Öh. Jups. So. Oh, das bewegt sich aber schnell hin und her. Nur am meckern, Wahnsinn. Öh. Hö? Dass er es kaputt macht, ja. Ja. Einmal. Und... Häng die da mal hin. Ja, Sekunde. Und... Zweimal. Spring! Ich rutsch irgendwo... Ah. Äh... Ah, jetzt kannst du hier... Ah, okay. Ah, jetzt wird aber schon ein bisschen komplexer, ne? Ja, ein bisschen. Ähm... Ich hab'n dritten Nagel gefunden. Das ist super. Ich hab'n dritten Nagel gefunden. Ihr habt Kreissägen gefunden. Oh, geil. Warte, ich hab'n Knopf gefunden. Knopf ist gut. Warte, ja. Ah, ich kann die kaputt machen. Warte. Ja, du kannst nix kaputt machen. Warte. Du musst... Jetzt, jetzt! Schnee! Ah. Warte, ich seh's. Warte, ich seh's. Wunderbar. Das wird... Oh, der Stress hier. Oh, great. Another trust exercise. What? Do you think I'm gonna miss? I hope not. Oh, Gott. Ich ahne, Schlimmes. Oh. Okay. Ach, bleibt das an, oder was? Ja, geh halt da drauf. Es bleibt zu lang an, bis ich den Nagel da raus ziehe. Problem ist... Jetzt brauche ich einen Nagel. Ah. Ja, wieso ziehst du nicht den ersten raus? Weil... Weil ich da keinen Einfluss drauf habe, welchen, dass er zieht. Das ist random. Das ist totaler Müll. Hä? Wie? Das ist random. Ja, ich kann nur E drücken und dann fliegt irgendein Nagel zurück, ne? Aber warte mal, ich kann doch hier rüber dashen. So. Ja. Dann mach mal den. Und dann... Ich glaube, das ist falsch. Genau. Warte. Du musst jetzt den anderen, die linke Wand... Genau. Und dann... Wenn du da... Kleb da mal dran. So. Wenn du ganz oben bist, zieh alle Nägel raus. Das wäre der Plan gewesen, ne? Ja, war nicht schlecht. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Ja. Kannst du echt nicht sagen, welchen er... Na, warte mal. Ich kann mal probieren. Wenn ich jetzt da oben reinschieße. Und zack. Ja, doch. Wenn ich drauf ziehe. Okay. Alles klar. Ups. Warum? Warum? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Da. Geh mal hoch. Ich bin so weit oben wie hier. Die rutscht halt immer runter. Okay. Und jetzt musst du wohin? Jetzt brauche ich die linke Wand wieder. Und den da oben. Moment. Der muss hier raus. Das war knapp. Oh. So. Kinderspiel. So. Jetzt muss ich gucken, wie ich dich hier wieder rüberkriege, ne? Ja. Ich glaube, du musst einfach die Flaschen kaputt haben mit dem Hammer. Achso. Ja, das ist gut. Ja. Randalieren? Das kannst du. Ah. Ah. Bin ich bekannt für. Genau. Alles. Alles kaputt haben. Deswegen sind wir soweit jetzt, ne? All right, Mae. Bring die Hammer hier. Ich denke nicht so. Es sieht doch schon wieder nach Bosskampf aus. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Alles klar. Vielen Dank fürs Ansehen. Alles klar. Servus. Alles klar.